Dieses dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die jahrtausende überdauern. Wir sind die dicke Städte vor uns, die Akropolis. Wir sind die Städte des Mittelalters, wir sind ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchten, mit dem Punkt. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der CD-Befündigung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Suppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weitling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017